mit stapler nein ich hab's nicht gekriegt ich hab mich schon wieder das habe ich mir da angetan zwei kollegen haben von mir f123 gefahren komplettes chaos also so was habe ich auch noch nie gesehen wirklich jetzt nicht so die geile leiste aber witzig wir hatten spaß komplett spontan ohnehin planung einfach mir war gedacht komm nimmst du die beiden jungs mal auf schneidest du bisschen was zusammen deswegen auch so ein bisschen dieses format ist es auf discord passiert zusammen alles wir haben spaß gehabt auf jeden fall aber was soll ihr sagen leute schaut selbst viel spaß mit dem video kommentier mal hier richtig wie bei sky nemin erklär mal differenzial spüren was macht die keine ahnung was du dabei änderst in dem spiel jetzt so wie du das merken sollst ganz hell push 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 karl direkt schon eine sekunde vorne da fliegt der harry raus da ist er raus nein nein abs ist aus was der zeit genug noch oder dann geht zum qualif man ja ich habe keine zeit scheiße alter das war nichts alter was ist passiert denn ist alles in ordnung hat er ist alles gut guck mal wie ich da gehe ja wollte ich auch aber diese häuser so wollte das ja weil er es kann schnell machen ja er hat ja schon tausend stunden gespielt opposition warte mal wer auf dem letzten platz ist den räume ich gleich in der ersten kohle so ab alter mich da bist du da bist bin ich schon lange weg so warte mal kann ich jetzt hier mein setup einstellen nein das ist jetzt schon zu spät das hättest du vom qualifier machen müssen stehe da sowieso nicht ich gucke form 1 nicht im real und jetzt erst einmal auch das game da lassen einfach auf acht das passt schon vertraut den jungs mal ich vertraue dem nicht macht auch kommen halt da jetzt das stresst mich doch nicht so hat er aber versucht mal bitte durchzufahren gibt immer einen tucker tucker fahren so wie mache ich das mal sette corsa competition boah start war richtig schlecht beide fallen mit hilfslinie ist aus man der kalle der fährt normal fährt er automatisch weiter wenn ich start drücke weil ich muss eigentlich was einstellen ich weiß noch nicht ob ich das jetzt einstellen kann durch der hamilton hat mich rasiert der hamilton hat mich rasiert das ist ja echt dumm ne ja digga der egal warum macht das jungen du hängst ja jetzt schon zwei sekunden hinter dem vorletzten was los und das beim safety car dein abstand wird immer größer was habt ihr eingestellt die kai 60 vielleicht kann man da einstellen dass sie nicht so aggressiv sind richtig hier lappen kai alle zittern vorbei das ist eins der chance dem safety car die zu überholen ja was soll man dazu sagen ja lappen halt da gucken wir mal wie weit sich babo ranarbeiten kann und werden ganz schön haares ich habe zwei mal schon welche weggeschmissen obwohl jetzt gerade konnte ich da nichts für ehrlich nicht das recht doof gewesen ganz ehrlich ist hast du das gesehen wir haben nur bei dir da aber so wie aus deiner sicht aus der fahrer sicht ich weiß gar nicht wo der hin will der kann da niemals hin das geht nicht der kann da nicht hin und fährt mir halt so dass die scheiß bot spieler halte diese ganze spiele deswegen ich bei ja das wie bei fifa die botze scheiße hier ist die kai scheiße das ist alles so ja mann gebe ich dir völlig recht deswegen sagt harry sagt ja wie kannst fifa spieler welches spiel ist denn gut ganz ehrlich alles außer fifa alter ja war es auch kacke kann doch nicht sagen dass er seine erste runde da rein fährt über zwei jahren warum im echten leben passiert das auch nicht in der ersten runde aber nein aber das war also das war wirklich saudumm von dem ja also wenn wir diese rundenzeiten fahren kommen hinterher du fährst am limit ich war gerade im neutral ein bisschen verschaltet die fangen ja alle in die box natürlich sie werden jetzt auf hart gehen wahrscheinlich und dann ich weiß hätte ich das auch machen müssen ja mal dazu quasi im pit stop for free gehabt ne aber du bist auf dem elften jetzt jung gib mal gas dass du da dran kommst jung ist doch noch gelbe ja hatte ich alter wer ich kriege jetzt eine strafe wegen die du darfst aber nicht an dem vorbei ja ja deswegen hat es kaufte fifa sind die dumm dass sie jetzt in der box fahren das ist auch dämlich wir wollen alles eine chance geben hat es du bist zweiter du kannst echt groß rauskommen heute erst mal wieder gleich von checken überholt pass auf die ziehen da einfach durch also die gehen auch einfach neben dich da kennen die nix lasst mich heile lasst mich heile ich lasse euch durch abstand zum hintermann beträgt 3,2 sekunden kaltereifen nein nicht nur die typischen fehler die typischen fehler nein gesundes geist ich weiß auch nicht wie du das eingestellt hast dass man ghostet muss man gucken ob man das anstellen kann weil eigentlich ist das halt quatsch und wieder neunzehnter sind wir wieder jawohl und noch ein pitstop hinten dran jawohl du kannst doch noch einen kaffee trinken in deinem zelt anhalten da rechts neben dir los ja push 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 und auto kaputt feierabend jawohl das war nööööö und das nächste rennen danach das ist echt weit gekommen wir beide oder ich hab ihm gesagt dass wir diese scheiße ausstellen sollen scheiße schaden ist schon den schaden nicht aus ist ich großte auch direkt am start immer also irgendwas hast du da eingestellt ich weiß nicht was karl könnte auch können und einfach so ein massen crash ursachen dass du dann da ja nicht ich war doch hier mein ganz eigenes rennen push 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 hat er direkt durch sind direkt handbremsen los und hippie okay das ist zu viel da war doch überragend ja was machen denn jetzt zwei alphas vor mir was soll das denn spricht man den aussah den zu das ist der horn hujo oh harry harry fünf plätze gut gemacht in der ersten kurve einfach nicht bremsen in der kurve durchfahren ja mann wenn wir brems verlieren ist so easy und da rennsammeln da das msc schild kam ganz schön nach zur not aber wieder heiß vor sich keine ahnung wie man da kann nein autos noch heile alles gut also es ist gut alles würde ich jetzt nicht sagen ich habe mein platz verloren ist ja schon die zweite runter let's go push push schon so krass man kann sich gar nicht entscheiden wo man gucken soll weil links ist halt so rennen also bei kalle und rechts ist fahrschule rechts ist so ja kann jede sekunde was passieren auch wenn keiner da ist aber guck mal der steht und wieder weiterfahren da läuft der spaß ehrlich man kauft das spiel um spaß zu haben aus der pipa ich nicht ich will hier erfolg haben wie soll ich das mit so ner bratwurst als teammate ah die ist so schnell also ich kann nicht gut hier immer wenn man so schnell gefahren ist das war frei haben gewesen das drs wird in dieser runde aktiviert wir können das drs wow da war es fast wieder so weit hast du es gesehen ja alles du willst nie dieses drs nutzen können mit dem game was ist das überhaupt oh 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 alter ja du hast zu früh gas gegeben alter nein auf den körper war ich ja und gas gegeben hast du gehört ja normal gebe ich gas alter soll ich anschieben oder was ja aber richtiger moment haltet gib mal jetzt vollgas auf temperatur kriegen die dinge an die überrunden mich gleich ja 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 ne geht mal schaffen die nicht und so weiter machst ja ja wenn ich aber hier eine sekunde später bremse dann krieg ich sonst wohin ja wo hat es was vorsicht vorsicht oh harte dann müssen wir uns vielleicht eine neue rennstrategie überlegen ja kündigen kündigen war es da schon wieder mit haben ja ja sein kapitän hat gesagt wir brauchen eine neue rennstrategie box box aber auch fahrende box besser und den schönen satz harte und dann fährst du in ruhe noch mal ohne ihm gegen zu fahren bist du musst du erst mal dein eigenes rennen fahren zuletzt hätte strecken müssen kennen ich habe auf die anzeige geguckt alter ich wollte boxers top einstellen in safety karte da schon gemacht ja ich habe auf dem bildschirm unten rechts geguckt alter hatten sie alle mal was angezeigt und alle fahren sie rein komm schon komm schon komm schon gut kann in der box und stopp und stopp und stopp das ist denn was ist das nächste rennen hamilton habe ich überholt weiß ich nicht muss man mal nachgucken selber ich würde mich interessieren wie seine mit mir interessieren wie seine ersten male aussahen ja mann 350 kann mann guck mal wie er verteidigt halblich irgendwie rücke unter dem bildschirm oder sein abgeflogen also zwei kalle hast zu viel gewollt das war design schnupft zu viel er ist am limit muss ja muss wie bei fifa wenn du keine gelbe karte kassiert das hast du nicht alles gegeben aber die schrecke mag ich schon gar nicht in real life gucken alter die ist so langweilig da kann ja nicht viel passieren kann er geht außen außen dran vorbei was für ein manöver kann auf platz eins von 14 auf 1 gekämpft und das in nur zehn runden wo ist harry wo ist barbo der ist im pool wie das der erste platz jungen 30 prozent abnutzung ich halte dich aus so fühlt sich das auch an aber aris wir haben den ersten sieg fürs team stark marschauer marschauer ich wollte der zweite ich kann nicht mehr als wir fahr noch ein so ehe immer schnell vorbei halbe stunde jetzt will ich die sieger hier rumsehen hier nicht wegdrücken guck da der fahrer ja ich lass so laufen guck mal wie mein team jubelt der schlüssel war wohl einfach die qualität des fahrerischen ferns ja kommt er jetzt jetzt kommt doch gucken wir an da ist er ein bisschen lecky aber egal glückwunsch an alle im team und sie haben sich den sieg gesichert und gewiesen dass sie auf der schlüssel der kann kein autofahren was ich machen alter sitzen im porsche parma mera cruisen durch die stadt bremmer brücke im blick hier wird die stimmung kratzt hat lila und weiß das sind unsere farben im stadion da lassen wir die herzen schlagen egal welche liga wir sind immer dabei die fans steht zusammen das ist unser schrei